Mit einer ganz normalen, großen Spiralbohren, ein Loch zu bohren auf einer Vierkantrolle, was zwei, drei, vier Millimeter Wandstärke hat, ist eine richtig große Herausforderung. Kriegt man durch, kann man ein Loch bohren, aber das Loch wird nie schön rundig, das wird immer so Sechskant, Fünfkant und alles Mögliche sein. Dazu gibt es ein paar Gründe. Der erste, der Querschneider, ist viel zu groß bei großen Bohren. Der andere Grund, der Homschneider, ist viel zu lang, deswegen arbeitet er die ganze Fläche in der ganzen Zeit und macht eine unerwünschte Vibration und dafür kriegen wir ein eckiges Loch. Kann man mit einer ganz normalen, großen Spiralbohren überhaupt ein schönes Loch ohne vorzubohren hinbekommen? Die Antwort ist ein ganz klarer Ja. Und wie das geht, das zeige ich jetzt. Bestimmt jeder von euch hat schon probiert, mit einem ziemlich größeren, ganz normalen Spiralbohrer auf einer zwei, drei Millimeter Wandstärke Vierkantrohr zu bohren. Es geht aber, es ist sehr sau schwer, sage ich so. Das ist wirklich, wirklich eine richtige Herausforderung für jeder. Dafür gibt es aber eine kleine Lösung. Zum das alles demonstrieren, ich habe hier einen ganz normalen 19 Millimeter Bohrer. Ich habe diese Bohrer jetzt ganz normal für Stahl geschliffen. Und ich versuche jetzt, ein Loch zu bohren für eine Vierkantrohr, 40x40x3er Vierkantrohr. Leider zwei Millimeter Wandstärke habe ich nicht dabei gehabt. Da sieht man das Ergebnis wirklich viel, viel besser. Aber jetzt bohren wir mal ein Kleinloch. Ich habe hier ein ganz normales Stand der Bohrmaschine. Ich habe die Drehzahl so gut runtergekurbelt, wie das geht. Und nutze ich hier diese 19 Millimeter Bohrer. Ziehe ich das alles fest und auf geht's. Auf dem Ergebnis sieht man, das ist überhaupt kein Rund. Das ist manchmal Dreieck, manchmal fünf. Jetzt ist das sechseckische Loch. Das erste was ich machen muss, ist dieser Spiralbohrer. Wie gesagt, das ist ein ganz normaler Spiralbohrer. Einfach der hier ist abgedreht. Das war ich nicht. Ich habe das so bekommen. Einfach abgedreht, dass man auch mit Futter festhalten kann. Also, das erste was ich machen muss. Einfach gerade schleifen. Und dann gehen wir mal weiter. Und ihr seht, was da eigentlich passiert. Und jetzt fängt der Spass erstmal richtig an. Erster, wir müssen einen Hauptschneider schleifen. Aber in diesem Fall schleifen wir das nicht im Positiv. Wir schleifen das im negativen Bereich. Wir versuchen das trotzdem auf 120 Grad schleifen. Normalerweise der Bohrer ist in positive 120 Grad. Wir schleifen das jetzt in negative 120 Grad. 120 Grad ist sehr optimal für Stahl zu bohren. Für Metall zu bohren. Außerdem müssen wir darauf achten, dass der Hauptfreiflächer richtig richtig hinterschleifen muss. Weil der Bohrer arbeitet im negativen Bereich jetzt. Wir schleifen hier jetzt quasi eine Lochfräse. Und der Lochfräse hat auch in der Mitte keine Schneidefläche. Genau wegen diesem Grund, dass er weniger arbeitet. So wenig wie möglich. Zwischendrin müssen wir darauf achten. Der Bohrer zum kühlen. Und natürlich aufpassen, dass er nicht so richtig richtig heiß wird. Wenn wir das alles gut gemacht haben, dann haben wir auch direkt einen sehr sehr kleinen Querschneider. Also optimalerweise der Querschneider ist kleiner. Weil der Querschneider schneidet eigentlich nicht so gut. Der drückt das Material. Und das ist normalerweise bei ganz normalen Spiegelbohren ist dasselbe. Wenn wir das alles gut gemacht haben, dann sieht das Ergebnis jetzt so aus ungefähr. Und jetzt müssen wir noch die Feinarbeit machen. Achtet hier mal bitte drauf. Der Querschneider muss höher sein, wie der Zweispitz von der Hauptschneider. Das ist ganz wichtig, weil sonst arbeitet der Bohrer nicht. Der Höheunterschied zwischen der Spitze von der Hauptschneider und der Querschneider ist immer von Material abhängig. Wenn ich eine 4 mm Wandstärke Vierkantrohr bohren möchte, dann nehme ich immer so, dass der mindestens die Hälfte von dem Material nimmt. Also 2 mm Höhe der Querschneider wie der Hauptschneider. Den Querschneider schleifen wir so klein, dass wenn man mit Körnern arbeitet, dann passt das ganz genau auf die Körnung rein. Wenn das größer ist, dann haben wir schon ein bisschen Schwierigkeit und normalerweise für diese Bohrer ist Vorbohren überhaupt nicht nötig. Sogar vielleicht ist es schlimmer, wenn das vorgebohrt ist. Und hier ist unser Endergebnis. Natürlich könnte das schön sein, aber ich bin definitiv sicher, dass wird so super und wird gut funktionieren. Jetzt haben wir nichts anderes zu tun, wie der erste Testbohrer zu machen. Ich möchte ganz ehrlich sein, ein 30 mm Bohrer zum Schleifen in dieser Art ist viel viel einfacher wie ein 19 mm Bohrer. Weil das ist irgendwie dafür ein bisschen zu klein. Und jetzt versuchen wir mal ein Loch zu bohren. Leider meine Bohrer ist nicht mehr in dem besten Zustand. Der hat richtig große Probleme schon. Der hat über einen Millimeter Schläge. Und hier ist das Ergebnis. Ein perfektes Schleifen. Jetzt messe ich mal das gleich nach. So, wo ist meine Schiebler? Und 19,1 Millimeter. Also sage ich mal 1 Zehnte Größe. Ich messe nochmal nach. Jetzt kann ich nur 19,2 hunderte Messer. Also dieser Bohrer hat ein 19 Millimeter Durchmesser. Sogar ist er schon nicht im besten Zustand. Der ist schon ziemlich krumm. Der hat schon auf der Fresse gekriegt. Ich glaube, der ist so alt wie mein Vater. Aber trotzdem hat er geschafft, ein wunderschönes Lochbohrer. Und dieses Loch ist ganz genau 19 Millimeter. Also nicht ganz genau, weil 1 Zehnte mehr. Aber ich glaube, es ist weniger als 1 Zehnte. Und der ist so geschliffen. Ich finde das gut. Ich finde das nützlich. Ich gehe davon aus, manche von euch haben schon diese Probleme gehabt. Und vielleicht mit diesem kleinen Trick habe ich eure Probleme gelöst. Ihr habt vorher gesehen, das war ganz normale geschliffene Bohrer. Wenn jemand von euch Interesse hat, wie man eine Bohrer auf normalen Bereich schleifen soll oder wie man das normalerweise schleift, kann ich ganz ruhig einen Kommentar lassen. Und dann zeige ich, wie ich das mache. Es gibt verschiedene Methoden. Jeder macht das. Ich glaube anders. Ich gehe davon aus, wie ich das mache. Das funktioniert einigermaßen ganz gut, weil meine Löcher sind fast immer perfekt. Danke für das Video. Danke für den Zuschauer. Und bis zum nächsten Video. Bei bei pm weit Bes Belt und Up mit U 2020 Ai bei 사고